Wenn ihr was tut, die Leute! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Ah! 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 Steh auf! Aufstehen! 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 Musst du mich aufs Klo holen oder so? So, Tag 4 heute. Auch nach wie vor wunderschönes Wetter. Ein bisschen, ja, ein bisschen luftiger heute. Auch was sehr angenehm. Wohin geht's? Waterpark Plus. Yes, Aqua Park Plus. Da fahren wir jetzt hin und wir berichten auf jeden Fall. Let's go! So, da wären wir. Wir sind zwar hier angekommen im Water Aqua Plus Park hier in Greta. Was sieht das Ganze aus? Mal gucken mal. Uiuiui. Sieht nicht schlecht aus. So, wir haben es reingeschafft mit unserer Online-Reservierung und uns 10 Euro gespart. Hier ist eine Übersicht vom Park. Also ich glaube, hier gibt es heute einiges zu entdecken. Ihr seht selber, der ist schon ziemlich groß. Das Beste ist natürlich die Aussicht, ne? Wie immer. Hält ihr auch fleißig am Bloggen? Profis, die hier sind. Also man bekommt hier am Anfang so Bänder von Aqua Plus. Da ist ein Barcode drauf. Man zahlt hier ein komplett Bargeld los. Also man kauft das ja alles ein in den Jobs. Oder in den kleinen Snackbars. Und die Beträge werden dann hier auf dem Barcode gespeichert. Und am Ende beim Ausgang zahlt man das Ganze. Die Bahnen sind natürlich kostenlos. Aber die werden wir jetzt erstmal aufprobieren, oder? So, jetzt beginnt das hier die Grüne. So. Ja. So. 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 Do you want to think of your future, or you might wind up in jail? Holy shit! Rudy, a message to you, Rudy, a message to you. So, we're here in the lake and rivers. So, we're standing here in the black jungle tubes. And they look a bit scary. Huh? Go, go, go! Go? Alright, see you, bye 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 bye! Holy shit! Woah, fuck! I got my big garlic! Woah, shit! Woah! Oh my god! Oh my god! Oh my god, it's big garlic! Woah! 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 You can't see anything! Right? Bye! Bye-bye! Was that scary? It's right! Yeah! Yeah! Yeah, so! Next round! Und jetzt kommt der Real Nils, die fünftige Meter lange, unglaublich steile, Fist of Death. Was sagst du? Alter, mein Herz bleibt nicht falsch. Du wiegst ja auch nicht mehr vor Wasser. Ja, das war's nicht. Hab ich auch gedacht. Ja, das war's nicht mehr. Ja, das war's nicht mehr. So, wir probieren jetzt eh mal aus. Es sind einige los. Ja, das war's nicht mehr. Wir werden sehen. Komm, komm. Bye, bye. Woah. 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 Hi. Beim Stackels! Boah, die war voll schnell, ne? Ja, ich bin voll fast. Dann lassen wir jetzt hier die Hearth-Pipe rutschen, oder? Mit mir, oder? Ja. All right, are you ready? Oh, fuck yes! All right, that was the first time of time. Thank you, bye bye! Yeah! Whoa, ho, ho, ho! Woah, ho, 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 ho! Wow.. Bye bye! Bye bye! Bye bye! Bye bye! Oh fuck! Das ist gut! Das ist ein Wiff. Robben! 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 Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Okay... Yes, bitte! Let's go! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Yes! There's a pit with a yellow ring in the outside. Yes. Ja, aber in diesem Fall war es falsch. Ich bin zurück! Oh shit! Wir waren jetzt hier im Waterpark. Wie fandest du es? Es war geil. Ich fand es auch richtig geil. Es hat übel Bock gemacht. Ja, wir waren lange da auf jeden Fall. Das Ganze hat für zwei Karten 50 Euro gekostet. Aber die habe ich online reserviert. Ansonsten hätten sie 60 Euro gekostet. Ja, also Empfehlung geht raus, oder? Ja, safe. Und jetzt geht es wieder an den heimischen Strand. Denn heute ist Badetag. Aber man darf natürlich die Cocktails nicht vergessen. Die kommen jetzt auch noch gleich. Und ich zeige euch das Ganze nochmal aus der Luft. Viel Spaß! Ich weiß, es ist genau. Ich sagte, ja. Ich sagte, ja. Wattdeasebos! Oder du hörst! Ja! Nee! unser Wattdeasebos! Ja! Es war sehr. Ich weiß, es war sehr. Die, die ich sagen können, Untertitelung des ZDF, 2020 Oh yeah, give it to me one time Give it to me two times Give it to me three times Give it to me four times So, kurze Planänderung Wir sind beide viel zu müde Morgen früh sind wir auf Tour Auf einem Tagestrip Heute war auch anstrengend Wir gehen nicht mehr los Wir sparen uns das Geld und die Energie Morgen geht es damit Also, gute Nacht Give it to me two times Give it to me two times